Was sie gleich erwartet. George auf einer Skala von 0 bis 10. Wie viel von 1984 hat sich bis heute im Jahr 2024 bewahrheitet und erfüllt? Vier, vielleicht fünf. Und das ist bereits erschreckend genug. Ein Land, in dem ständiger Mangel, Zensur bis hin zum Geschichtsrevisionismus, permanenter Krieg und totale Überwachung herrschen. Willkommen in der Welt von 1984. George, vielen Dank, dass Sie heute dieses fiktive Interview für die Menschen an den Teleschirm geben. Wie fühlt es sich an jetzt, fast 75 Jahre nach dem eigenen Tod, über den Bildschirm zu flimmern? Es ist ein seltsames Gefühl zugegeben. Als ich 1984 schrieb, war die Idee eines Teleschirms, der jeden Blick verfolgt, noch Science Fiction. Nun, da ich selbst auf einem solchen Gerät erscheine, muss ich zugeben, dass ein Teil von mir sich bestätigt fühlt. Es ist fast so, als hätte das Buch eine eigene Realität geschaffen, die mich nun eingeholt hat. Da Sie es selbst schon ansprechen. Ihr Roman hat die Welt nachhaltig geprägt und wird oft als erschreckend prophetisch bezeichnet. Was hat Sie dazu inspiriert, eine so düstere Dystopie zu schreiben? Die Idee zu 1984 entstand aus meiner tiefen Besorgnis über totalitäre Regimes, die ich in den 30er Jahren hautnah miterleben konnte. Der Aufstieg des Faschismus in Europa und die stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion haben mich zutiefst erschüttert. Ich wollte eine Warnung aussprechen vor den Gefahren, die entstehen, wenn eine Regierung die absolute Kontrolle über das Leben ihrer Bürger erlangt. Ich gebe zu, dass Ihnen das trefflich gelungen ist. Doch wie erklären Sie sich, dass solche Gefahren überhaupt erst entstehen können? Die Gefahr, dass Regierungen ihre Macht missbrauchen, ist so alt wie die politische Ordnung selbst. Doch in ihrer modernen Welt, mit ihren technologischen Fortschritten und der zunehmenden Zentralisierung der Macht, ist diese Gefahr größer denn je. Und dabei kommt es gar nicht so sehr auf die Staatsform oder die dahinterliegende politische Ideologie an. Dabei haben diejenigen, die Macht ergreifen, oft gute Absichten. Sie wollen eine bessere Welt schaffen, eine gerechtere Gesellschaft. Doch die Macht korrumpiert. Sie verleitet dazu, eigene Interessen über das Gemeinwohl zu stellen. Und sobald man den Weg der Macht eingeschlagen hat, ist es schwer, wieder umzukehren. Schauen Sie sich Farmen der Tiere an. Die Schweine, anfangs Vorkämpfer der Revolution, verwandelten sich nach und nach in die neuen Unterdrücker. Sie nutzten ihre Intelligenz aus, um die anderen Tiere zu manipulieren und zu kontrollieren. Kein Wunder also, dass sie am Ende sogar selbst, aber ich will nicht zu viel verraten, sie sollten es selbst lesen. So etwas passiert also immer wieder. Welche Rolle spielen dabei die Medien? Das, was sie in 1984 an Einwirkung der Staatsmedien, und nur die scheint es dort zu geben, beschreiben, kann im Grunde ja nur als lupenreine Propaganda bezeichnet werden. Die Medien spielen in einem totalitären System eine absolut entscheidende Rolle. Sie sind das Sprachrohr der Herrschenden, das Instrument zur Manipulation der Massen. Was sie als lupenreine Propaganda bezeichnen, ist genau das, was ich beschreiben wollte. Propaganda ist nicht nur die Verbreitung von Lügen, sondern auch die gezielte Auswahl und Interpretation von Informationen. Durch die Kontrolle der Medien können die Herrschenden die Realität nach Belieben umdeuten und die Menschen in eine Welt der Illusionen versetzen. So indoktriniert sind sie leichter zu kontrollieren und zu lenken. Durch die ständige Wiederholung von Parolen und Montren und die Verdammung von Andersdenkenden wird ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen. Die Menschen werden so zu passiven Beobachtern, richten sich in ihrer heraufbeschworenen Opferrolle ein und geraten noch tiefer in die Unmündigkeit. George, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel von 1984 hat sich bis heute im Jahr 2024 bewahrheitet und erfüllt? Eine interessante Frage. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass man eine solche Frage mit einer einfachen Zahl beantworten kann. 1984 war nie eine präzise Vorhersage, sondern eher eine Warnung, eine düstere Vision dessen, was geschehen könnte, wenn bestimmte politische Tendenzen ungeprüft blieben. Wenn sie mich jedoch zwingen würden, eine Zahl anzugeben, würde ich sagen, 4, vielleicht 5. Und das ist bereits erschreckend genug. Ich sehe zwar nicht überall den totalitären Staat, wie ich ihn in meinem Roman beschrieb, aber viele Elemente haben sich in verschiedenen Teilen der Welt manifestiert. Und gibt es Unterschiede zwischen den Machtblöcken im Westen und im Osten? Während in den ehemaligen kommunistischen Staaten die offenkundigen totalitären Strukturen größtenteils zusammengebrochen sind, haben sich in den westlichen Demokratien subtilere Formen der Kontrolle entwickelt. Die Überwachung durch soziale Medien, die Kommerzialisierung des öffentlichen Lebens und die Konzentration von Macht in den Händen weniger großer Unternehmen sind Entwicklungen, die euch beunruhigen sollten. Für den ehemaligen Ostblock würde ich eine Bewertung zwischen 6 und 8 geben. Viele der totalitären Praktiken, die ich in 1984 beschrieb, wurden in diesen Staaten umgesetzt. Für den Westen liegt meine Einschätzung zwischen 3 und 5. Die Tendenzen sind besorgniserregend, aber die westlichen Demokratien sind noch weit entfernt von einem totalitären Staat. Ein weiteres Element der Kontrolle führt über die Sprache. Nicht umsonst heißt es wohl auch, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Sie beschreiben eine Umgebung, in der die Sprache stark reduziert und damit vereinfacht wird. In unserer Zeit besteht, zumindest in der westlichen Welt, eher die gegenteilige Tendenz, für alles eine gerechte und möglichst individuelle Bezeichnung zu finden. Sehen Sie hier ein Spannungsfeld oder auch Parallelen. Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Sie haben völlig recht, dass in 1984 die Sprache gezielt vereinfacht wird, um das Denken einzuschränken. Neusprech ist ein Instrument der Unterdrückung, das die Menschen daran hindern soll, sich kritische Gedanken zu machen. Wenn ich mir ihre heutige westliche Welt anschaue, beobachte ich tatsächlich eine andere Entwicklung. Geradezu eine Explosion der Sprache, eine unendliche Vielfalt an Begriffen und Ausdrücken. Das mag zunächst positiv erscheinen, da es die Vielfalt menschlicher Erfahrungen widerspiegelt und eine größere Präzision in der Kommunikation ermöglicht. Allerdings birgt auch diese Entwicklung Gefahren. Eine Überfülle an Begriffen kann verwirren und zu einer sprachlichen Inflation führen. Wenn jedes Phänomen unzählige Bezeichnungen hat, wird die Kommunikation erschwert und die gemeinsame Verständigung schwieriger. Zudem besteht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen durch die Schaffung neuer Begriffe ihre eigene Sprache entwickeln und sich von der übrigen Gesellschaft abkapseln. In beiden Fällen wird versucht, die Realität durch Sprache zu gestalten und zu beeinflussen. Letztlich muss sich jeder bewusst machen, dass Sprache nicht nur ein Mittel der Kommunikation ist, sondern auch ein Werkzeug der Macht. Indem wir die Mechanismen der Sprachmanipulation verstehen, können wir uns besser vor ihnen schützen und eine Gesellschaft gestalten, in der die Sprache der Freiheit dient. Aber wie viel Freiheit bleibt denn noch, wenn in einem Land totale Überwachung herrscht? Bis vor kurzem für die meisten noch unvorstellbar, reicht heute ein Blick nach China aus, um zu erkennen, dass wir ihre schlimmsten Befürchtungen doch schon übertroffen haben. Stichwort KI-basierte Kameraauswertung und Social Scoring. Wie bewerten Sie das? Das ist eine erschreckende Entwicklung, die mich sehr beunruhigt. In 1984 habe ich versucht, eine Dystopie zu zeichnen, die als Warnung dienen sollte. Dass Sie heute bereits an einem Punkt angelangt sind, an dem die Überwachung so allgegenwärtig ist, hätte ich mir damals kaum vorstellen können. Die Entwicklung in China zeigt, dass die Technologie, die einst dazu dienen sollte, das Leben zu erleichtern, nun dazu missbraucht wird, Menschen zu kontrollieren. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und umfassender Überwachung ermöglicht es Regierungen, das Verhalten ihrer Bürger bis ins Detail zu überwachen und zu beeinflussen. Viel Raum für Freiheit bleibt da nicht. Wenn Menschen ständig überwacht werden, wenn ihre Gespräche abgehört und ihre Bewegungen verfolgt werden, dann ist ihre Freiheit stark eingeschränkt. Sie leben in ständiger Angst davor, entdeckt und bestraft zu werden. Doch machen Sie sich bitte nichts vor. Gerade in der sogenannten freien Welt wird mit der Preisgabe persönlicher Daten, vor allem im privaten Umfeld, nicht gegeizt. Freiheit bedeutet nicht nur, alles tun zu dürfen, was man möchte, sondern es auch lassen zu können. Meine Teleschirme sind heute ihre Smartspeaker, Smartphones und sozialen Netzwerke. Das ist ein wichtiger, aber auch Wunderpunkt, den Sie ansprechen. Doch bei all dem Überfluss, den wir heute haben, stellt sich die Situation in Ihrem Roman doch genau gegenteilig dar. Dort herrscht immer Mangel. Mal sind es Rasierklingen, mal Schnürsenkel oder Schuhe. Sehen Sie im Vergleich von damaliger Fiktion und heutigem Überfluss einen Zusammenhang. Und wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Ein interessanter Kontrast, der uns viel über die menschliche Natur verrät, oder? In 1984 habe ich bewusst einen Zustand des ständigen Mangels geschaffen, um die Abhängigkeit der Menschen vom Staat zu verstärken. Wenn es an den grundlegenden Dingen des Lebens mangelt, sind die Menschen bereit, fast alles zu tun, um sie zu bekommen. Sie werden leichter manipulierbar und empfänglicher für Propaganda. Hinzu kommt, dass ein Mensch, der sich in seinem Neid auf andere verliert, keinen Gedanken an Revolution verschwendet. Dabei können sowohl der Mangel als auch der Überfluss dazu führen, dass Menschen ihre Freiheit einbüßen. Im einen Fall sind sie von den politischen Herrschern abhängig, im anderen Fall von der Konsumgesellschaft, hinter der ja oft große Unternehmen stecken, die im Grunde als wirtschaftliche Herrscher bezeichnet werden können. In beiden Fällen wird das Denken und Handeln beeinflusst. Ein weiterer Aspekt ist die Gleichheit. In 1984 herrscht eine Scheingleichheit, bei der alle gleich arm sind. In ihrer heutigen Gesellschaft gibt es zwar große Unterschiede im Wohlstand, aber auch hier wird die Idee der Gleichheit propagiert. Der Konsum soll alle Menschen vereinen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder ihrem Einkommen. Aber Sie wissen ja, manche sind gleicher als andere. Es gibt eines, woran wohl nie Mangel herrschen wird. Krieg. In 1984 haben sich drei große Machtblöcke die Welt untereinander aufgeteilt und befinden sich permanent und in wechselnden Bündnissen miteinander im Krieg. Eben dieser Dauerkrieg ist die propagierte Ursache für den Mangelzustand im Land. Doch stimmt das auch? Der Krieg ist im Roman nicht nur ein Mittel zur Machtstabilisierung, sondern auch ein Instrument zur Kontrolle der Bevölkerung. Die ständige Kriegsgefahr dient dazu, die Menschen zu vereinen und von den eigenen Problemen abzulenken. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Krieg in 1984 kein echter Krieg ist. Es ist ein ewiger Krieg, der niemals gewonnen werden kann und soll. Sein Zweck ist nicht die Eroberung von Territorien oder die Vernichtung des Feindes, sondern die Aufrechterhaltung des Status quo. Der Krieg dient dazu, die Macht der Partei zu zementieren und die Menschen in einem Zustand der ständigen Alarmbereitschaft zu halten. Die Frage, ob der Krieg tatsächlich die Ursache für den Mangel ist, ist komplexer. Offiziell wird der Mangel auf den Krieg zurückgeführt. Doch in Wirklichkeit ist der Mangel ein bewusstes Instrument der Partei. Der Krieg dient als bequeme Erklärung für alle Probleme, die das Regime selbst verursacht. Aber fand nun dieser Krieg tatsächlich statt oder war er ein ausgeklügeltes Lügengebäude mit Scheinfeldzügen, fingierten Kriegsgefangenen und inszenierten Angriffen auf die eigene Bevölkerung, die für solche des Feindes ausgegeben wurden? Das ist eine hervorragende Frage, die den Kern meines Konzepts trifft. Die Frage, ob der Krieg in 1984 tatsächlich stattfindet oder lediglich eine Fiktion ist, ist absichtlich vage gehalten. Sie ist ein Spiegelbild der manipulierten Realität, in der die Protagonisten leben. Und sie dient auch heute noch für Sie als Spiegelbild. Machen Sie sich bewusst, dass die Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, ein zentrales Thema im Roman ist. Die Partei kontrolliert nicht nur die Informationen, sondern auch die Gedanken der Menschen. Durch die ständige Wiederholung von Lügen und die Verfolgung von Andersdenkenden wird eine Welt geschaffen, in der die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge immer schwieriger wird. Hierin liegt womöglich das wichtigste Argument meiner Warnung, die ich den Menschen von heute geben kann. Wer die Wahrnehmung der Realität kontrolliert und die Menschen dazu bringt, an etwas zu glauben, das möglicherweise nicht wahr ist, hat im Grunde uneingeschränkte Macht. Sie haben diese Warnung ja bereits früher gegeben. Wie lautete sie? Ich denke, dass, wenn man berücksichtigt, dass das Buch letztlich eine Parodie ist, so etwas wie 1984 tatsächlich passieren könnte. Dies ist die Richtung, in die sich die Welt gegenwärtig bewegt. In unserer Welt wird es keine Emotionen mehr geben, außer Angst, Wut, Triumph und Selbsterniedrigung. Der Sexualtrieb wird ausgerottet sein. Wir werden den Orgasmus abschaffen. Es wird keine Loyalität mehr geben, außer der Loyalität zur Partei. Aber immer wird es den Machtrausch geben. Immer, in jedem Moment, wird es den Nervenkitzel des Sieges geben, das Gefühl, einen hilflosen Feind niederzutrampeln. Wenn du dir ein Bild von der Zukunft machen willst, stelle dir einen Stiefel vor, der auf ein menschliches Gesicht tritt. Für immer. Die Moral, die man aus dieser gefährlichen Albtraum-Situation ziehen kann, ist einfach. Lass es nicht geschehen. Es hängt von dir ab. Aber was können wir als Einzelne tun, um es nicht geschehen zu lassen? Als Einzelne habt ihr zwar begrenzte Macht, aber ihr seid nicht machtlos. Der erste Schritt ist, wachsam zu bleiben. Ihr müsst die Anzeichen dafür erkennen, wenn sich eure Gesellschaft in eine totalitäre Richtung bewegt, unabhängig davon, ob nach links oder rechts. Ihr müsst lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und euch nicht von Propaganda blenden zu lassen. Zweitens müsst ihr euch wehren, wenn eure Freiheit bedroht ist. Das bedeutet, dass ihr euch für eure Rechte einsetzen müsst und euch nicht von Angst lähmen lasst. Ihr müsst bereit sein, für eure Überzeugungen einzustehen, auch wenn das bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen und womöglich angefeindet und, wie nennt ihr das, gecancelt zu werden. Drittens müsst ihr euch gegenseitig unterstützen. Ihr braucht eine starke Gemeinschaft, die auf Solidarität und gegenseitigem Vertrauen basiert. Gemeinsam seid ihr stärker und könnt euch gegen die Mächtigen zur Wehr setzen. Und schließlich müsst ihr eure Werte verteidigen. Ihr müsst für eine Welt kämpfen, in der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit herrschen. Ihr müsst euch gegen jede Form von Unterdrückung wehren, ohne dabei zu vergessen, dass auch ihr anfällig für Verblendung seid. Damals wie heute klingt das wohl richtig, gut und leicht gesagt. Die wahre Überzeugung zeigt sich in der Umsetzung, für die es Mut und Ausdauer braucht. Das ist es, was ich euch neben meiner Warnung mitgeben kann. George, haben Sie zum Abschluss noch einen praktischen Hinweis für die Menschen an den Teleschirm? Mir ist aufgefallen, dass ihr in den letzten Jahren mehr oder weniger gelernt habt, was Hamstern bedeutet. Solltet ihr es also nicht schaffen, die Entwicklung in eine bessere Richtung zu lenken? Kauft lieber jetzt eine Rolle Klopapier mehr als sonst. Außerdem müsst ihr den Kanal von Lieber lesen lassen, abonnieren und das Interview liken und einen Kommentar schreiben. Warum? Weil ich mich dann womöglich für ein weiteres Interview gewinnen lasse. Vielen Dank, George, dass Sie Ihre Gedanken und Ansichten mit uns geteilt haben. Sie werden uns noch lange begleiten und beschäftigen. Wir werden uns wieder sehen, ganz bestimmt. Ich hoffe, das fiktive Interview mit George Orwell hat Ihnen einen Einblick in die Welt rund um 1984 gegeben. Auf dem Teleschirm neben mir erscheint jetzt der Link zu 1984 als Hörbuch. Fühlen Sie sich frei und unkontrolliert, es anzuhören und zu verinnerlichen. Aber vergessen Sie nicht, Big Brother is watching you.